gewesen ja der war noch und er war noch mit Stotz gewesen und so das heißt der Leben ist ja wirklich noch bis Ende 2016 war er noch an stimmt ja und weißt du wer das war? Mr. Sandoron, der hat noch Videos gebracht bis Ende 2016 oder so und dann 7 Jahre später, ne 6 Jahre später kommentiert er unter meinem Video und der Santa Claus aber alle anderen haben ja danach Desperados gecheckt ach das gab es ja auch noch Desperados, wie hieß das? ja irgendwie Desperado und das war ja von Herr Bergmann und ich glaube die haben ach das hat sich dann so aufgeteilt die wollten doch dann noch übelst viele Rollpay Projekte machen wie wir halt aber dann ist nie dazu gekommen oder wie das war und wir kommen zu einer weiteren Folge Minecraft Desperado es gibt aber bestimmt schon ganz viele andere ach da waren nicht so viele dabei gell? kann ich bestimmt auch wie das wissen nee Delay, Herr Bergmann, Keder, Sergeant Max, Takayichi, Selbstgespräch, Uninaka, Jesus und dann kamen wir auch am Ende Kammerpalatz zu achja ne, deswegen es hat nicht so alle erreicht da hatten aber auch viele Gastauftritte Sturmwaffel war mal dabei, Paluten war mal ne Folge dabei ach so, ja das geilste war ja eh gewesen dass inoffiziell, das kannst du sogar auf Craftech-Wiki nachgucken dass inoffiziell Paluten und GLP beiden der Craftech 6 Teilnehmer ja, genau, das ist super dokumentiert ja, aber die waren auf dem Server gewesen aber das kann man sogar in einem Video sehen, was auch immer von Sturmwaffel online ist wo da steht Paluten Joint the Game da hat der Tablet-Rückner waren, German, Spain, Air waren auf dem Server aber die haben nie eine Folge gebracht die haben danach auch, es war mal ein Rundgang gewesen da hat irgendwie auch Spark irgendwas gesagt gehabt, ja hier sind zwei Spieler, die schneller weg waren als man gucken konnte ah ja, stimmt es war ja nicht genauer kommentiert, es war ja nur so ein Berg ganz bisschen reingebaut ja ja wo so Dreck und Kohle drin war da hattet ihr dann extra nicht erwähnt ja oh man ja, aber, aber ich verstehe das sowieso ach, keine Ahnung ist ja immer wieder cool, wenn man wieder solche YouTuber auch mal wieder bei Projekten mitmachen will ja das ist echt untergegangen ich muss sagen, ich feiere das gar nicht mehr ja, so hat es diese ganze Prägtung nur aus so Tüts Streamern bestehen, weißt du ja, na klar, klar, das ist cool, aber das sind einfach mittlerweile diese Prägtung nicht alles nur so Pvp die ganzen Tag so Charity Streams sind immer klar cool, aber weißt du was ich mein ja, die machen wir fehlen ein bisschen diese wir fehlen ein bisschen diese Herr Bergmann war ja in Core Tech 10 dabei und Kedos auch ja, stimmt ja, Kedos, das fand ich eh krass, da hat er Videos hochgeladen dazu und Herr Bergmann und Kedos und Core Tech 10 dabei Herr Bergmann hat keine Videos hochgeladen, aber er war dabei na er hat gestreamt zwei, dreimal ja was eigentlich mit Gomma, Digga, der ist ja voll gestorben ja, das weiß ich auch nicht er ist ja so random gestorben da hat man auch nie was gehört, da hat man auf Twitter immer da war doch mal äh Gomma Mode Gomma Mode sind Jugendwort des Jahres gewählt worden ja, doch Digga, das ist so random das wurde seit Jahren nicht mehr benutzt auf einmal wird das reingemacht und wird auf einmal noch Jugendwort des Jahres Gomma ja, das ist einfach nur weil das übelst rumging auf Twitter wegen dem zehnjährigen Gomma Jubiläum Gomma Mode einfach einfach Gomma Mode Jugendwort des Jahres what the fuck ja ey jetzt hätten das was in 13 machen können ja oder 14 ja aber jedenfalls das war so das letzte Lebenszeichen hat er dann auch irgendwas dazu geschrieben und seitdem keine Ahnung vorher hat er ja immer nochmal was von sich hören lassen obwohl er auch inaktiv war ja ach hier, ich hab so eine komische IP da drin deswegen ich wundere mich derzeit warum ich nicht auf Tiny Aura 6 äh joinen kann hm, das kann ich abbauen, das ist jetzt fertig ich geh mal durch ach so, ja gleich ja ok, was äh mach ich da jetzt erst mal bisschen farmen ich guck mal in den Chat ok, es klappt erst mal alles ich sollte die mal kombinieren vielleicht sollte ich auch mal lieber Holz formen ach so, und was ist hiermit? das muss unbedingt wachsen mal so, so 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 hier so so Was ist das? Warum ist denn das jetzt hier so ausgegraut eigentlich? Das ist neu. So, wie ging das jetzt? F3 und N? Ne, ach. Ah, ich hasse es. F3 und T. Ah, da leckt gleich wieder OPS. Da bauen wir erstmal bisschen hier ab. Dann können wir später noch, äh, ich weiß nicht, ich müsste mal anderes Holz anbauen. Hm. Hm. Ja. 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 ja fast ich schreibe hier gerade deswegen direkt wechseln da ist die Bitz da ist die Bitz da ist die Bitz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann man eigentlich in OBS mittlerweile Aufnahmen pausieren? Das ging doch mal irgendwie. Ah, ich finde das nicht. Ich habe auch noch so eine uralte OBS-Version hier, ne? Das sieht man ja immer, wenn ich Hexel streame. Und ja, da gibt es wahrscheinlich das Feature noch nicht, dass man Sachen pausieren kann. Also eine Aufnahme vor allem. Ich meine, ich könnte jetzt auch AFK gehen, dann schneide ich es im Nachgang raus. Vielleicht mache ich es auch so, aber ja, ich weiß noch nicht. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. So, das hatte ich glaube eh nur stehen gelassen, weil ich es zeigen wollte auf dem Thumbnail. Die Bäume haben einfach schon wieder größtenteils gewachsen. Ja, wir müssen mehr Holzkohle machen. Das steht mal fest. Habe ich noch Cleanstone übrig? Habe ich gar nicht drauf geachtet. 15. Moos. Das brauchen wir. Ah ja, und ich gehe mal zur Mob farmen. Da könnten wir generell mal mehr farmen. Ich brauche ja unbedingt Eisen. Bin mal gespannt, ob wir das in einer angemessenen Zeit kriegen. Ah komm, ich nehme einfach Steinschwerter. Wegen der Sweep Attack ist ganz gut. So, haben wir schon Eisen. Ich glaube, das dauert echt immer. Na guck mal, jetzt ist es auch schon wieder so langweilig, bis die überhaupt mal weiterspawnen. Warum das eigentlich? Na ja, gehen wir halt weg, ne? Nicht, dass die Distanz hier zu klein ist. Also, dass die einfach nicht spawnen können, weil ich zu nah dran stehe. Das wäre schade. So, einfach schon mal alles durchmachen. Vielleicht müssen wir mal so einen Azalea-Baum hier pflanzen. Kann man die? Ne, ich dachte schon, einfach auf solche normalen Blöcke setzen. So. Ah, hier. Die brauche ich. Mhm. Ja, mal sehen. Oh, das ist schon mal schöne Deko, ne? Das kann man auch mal hier weiterbauen. Völlig random. Huch. Hier mache ich jetzt einfach mal ganze Stämme hin. Das hatte ich ja vorher nur zum Materialsporn, glaube ich, gemacht. Oh. Ah, und deswegen. Ja, stimmt. Weil das Fenster sonst schlecht aussieht. Ah, vielleicht geht's ja auch. Hm. Ach, stimmt. Deswegen. Ja, Moment. Da machen wir einfach das hier weg. War. Aber mal hier so Bögen können da auch da rein. Irgendwie so. Hm. Ah ja, hier ist ne Axt. Und dann passt's wieder besser, wenn wir hier oben einen Balken reinziehen. Vielleicht können wir ja auf diese Weise das Haus auch schon retten. Dass es nicht mehr so komisch aussieht. Obwohl's jetzt auch komisch wirkt. Wahrscheinlich müssen da ganz andere Blöcke hin. Koppel oder so. Ich kann ja auch die hier probieren. Oder Moment. Ah. Ich bin da immer noch ein bisschen an meinem Haus. Ja. Homosexuell bist du. Das ist das. Nee. So, drei. Ey. Ey, wenn du mich jetzt killst, dann mach ich alles von dir kaputt. Ach so. Ich kann nicht mal einen Block abbauen. Das ist so gemein. Mich jetzt killst, Dick. Trau dich nicht. Ich schwöre. Ihr seht, schwarzer Feist, Dick hat sich einfach vor mir töten lassen. Während er Werkzeug hat, denn ich hab noch ne Faust. Ey, ist so schlecht. So was machen wir das nur schwul über schwul über sich. Gehen gehen. Nee. Oh shit. Oh, so viel Level. Oh, Eisen. Das ist geil. Genau das brauch ich. Die Mobform ist richtig gut am funktionieren. So, schnell hinaus. Ach so, das kann ich nicht holen. Okay, ein Eisen von sieben. Ich hoffe, das sieht einigermaßen gut aus. Dann bist du gerade auf einem anderen Salber. Timm es ja. Ach so. Oh... Ich lass's erstmal so, ich wiss nicht... Oh, das sind immer so laute Sounds, so Ruhe. Soll ich da vielleicht einen Zaun hinbauen? Das mit der Treppe sieht komisch aus. Ja, weiß ich auch. Ja. Verbrennt sich bevor er Eier legt. Hä? Wo sind denn die Hände? Ah, hier. Oh ne. Okay. Stimmt. Ja, ist jetzt nicht das beste Fenster, aber... Egal. Hier mach ich jetzt einfach so ne Verbindung. Ja. 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 Jetzt hab ich so ein bisschen ne Treppe wie im Holzklotz. Äh, das... Wie kann man das lösen? Oder ich mach das halt doch weg. Ah, ich hätte ne Idee. Das hier austauschen. Das hier kommt eh weg. Smokes. Smokes schreibt Moin. Ja, hi. Hm. Neue Axt. Wie geht's? Hallo? Ja, weiß nicht. Ich... Was soll ich da jetzt antworten? Ich mach erst mal hier bisschen weiter. So. Ob's ja gut oder schlecht geht. Ja, aber ich weiß immer nicht... Wenn ich ein... ...n... ...n... ...n Stream, äh... ...was soll ich da jetzt sagen? So. Ja, hm. Hm. Bin grad auf jeden Fall in Baulaune. Endlich mal hier vorankommen. Das wär schön. So. Schön was essen. Vielleicht muss das doch wieder weg. Ich probier's mal. Äh... Das war da und... Ja, schau auf jeden Fall bei mir auf YouTube vorbei. Da, äh... Mach ich nicht so was wie hier. Da red ich mehr. Und... Genau, hier ist mein Kanal. Ah, du bist da eine Frage. Hä, wieso? Wieso bin ich ein Vogel? Wieso bin ich ein Vogel? Ha. Ja, du bist da. Hm. Du bist da. Ja, du bist da. Ich bin ein Vogel. Du bist da, so wheels, wieso. Du bist da, so... Ich bin ein Vogel. Upt. Jetzt kann ich das. Ich bin ein Vogel. Okay. Na es nimmt so ein bisschen Form an schon, aber man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Mhm. Deswegen stopp ich vielleicht gleich einfach. Ah, ich kann auch mal in die Mob fahren. Oh, Alter, das ist immer schön, wenn da so viele sind. Und nochmal Eisen, ey, das scheint ja relativ gut zu gehen. Hä? Zwei? Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell an Eisen komme. Ja geil, da komme ich ja um die scheiß Eisenform drum rum. Um das ganze Villager-Zeug. Das brauchen wir. Wir müssen den Villagern Einhalt gebieten. Es kann nicht sein, dass die für sich beanspruchen, die einzige Möglichkeit zu sein, in Minecraft voranzukommen. Denen müssen mal die Grenzen aufgezeigt werden. Ey. Scheiß Skelett. Und am Ende mache ich mir aus dem Eisen irgendwie ein Brustpanzer oder so richtig Unnötiges. Also, das kommt oben hin. Das auch. Ey, 36 Minuten streame ich schon wieder, hä? Wie ging das jetzt? Oh. Oh, Baby-Zombie. Oh, jo. Direkt das nächste Eisen, also das ist ja übelst geil. Die haben das echt wahrscheinlich erhöht, die Chance oder was? Wahrscheinlich das letzte Eisen dauert dann so richtig, äh, provokativ lange. Stimmt, ich wollte doch mal das Feld bauen. Bis hierhin, ja. Anscheinend jeder zweite Block fällt da runter. Oh. Okay. Hm, nix mehr dabei. Oh, nix mehr dabei. Ah, das ist so ähnel. Ah, endlich. Scheiß Blöcke, äh, das abzubauen, das dauert zu ewig. Ah, das ist so ähnel. Ah, das ist so ähnel. Oh shit, ah, das ganze Item ist weg. Das ist aber scheiße. Ah, es war kein Eisen dabei. Ah, das ist so ähnel. Ah, das ist so ähnel. Ah, das ist so ähnel.